Wir wandten auf die letzten verbleibenden Teilnehmer des 10.45 Uhr Superhits. In der Zwischenzeit mache ich ein bisschen Werbung für die Militärakademie. Am 13. August dieses Jahres findet die Bestmeisterschaft im militärischen Fünfkampf statt. Genau hier, auf diesem Gelände, am 13. August. Schaut vorbei, das wird sicher ein Spektakel. Dann hält man die Hindernisbahn noch einmal prominent zu drehen. Denn ihr könnt heute, wenn ihr noch Kraft und Lust habt, nach eurem Rennen im Zeitraum von 11.00 bis 17.00 Uhr aus der Hindernisbahn euer Können, euer Geschick unter Beweis stellen. Entweder alleine oder zu viert gegeneinander. Und das kleine Rissfeld, der Weltrekord für Militär, liegt bei 2 Minuten 10 Sekunden. Der österreichische Rekord ist nicht viel langsamer, denn der liegt bei 2 Minuten und 5 Minuten. Super, Matsu, das. Rechts ist noch mehr Platz. Super. 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 Ja, super. 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 Nicht schlecht für den Zibyl-Diener, oder? 45, Start-and-Race-Sund-Parteilnehmer, der macht die nächste Zeit. Und genau mit dem Auswärmen werden wir gleich ein bisschen starten. Meine zwei Jungs sind bereit, ich hoffe, sie sind auch bereit. Wir starten mit dem Start-and-Race zum Anwärmen.